Ja, ja, Valentinstag. Für mich, äh, ja, genau so ein Tag wie Weihnachten, wie Geburtstag. Das sind einfach Tage, da feiere ich doch nicht mehr, nur weil es Valentinstag ist oder Geburtstag. Für mich ist jeder Tag wertvoll. Ich feiere mich jeden Tag selber. Warum denn jetzt einen bestimmten Tag nochmal extra? Das ist ja vollkommen bescheuert. Dann kommen natürlich auch die ganzen Leute irgendwie aus dem Loch raus, die das ganze Jahr nicht an einen gedacht haben. Aber dann an diesem Tag nochmal wieder Nachricht schreiben, die sich dann das ganze Jahr über auch nicht melden. Die brauchen sich dann an diesem Tag auch nicht mehr melden, die können sich dann schon verpissen. Ähm, jeder Tag, wir haben auch nur diese paar Wachstunden und wenn wir nur uns an diesen besonderen Tagen, äh, uns erinnern, wie wertvoll so ein Tag ist. Ich meine, 24 Stunden sind so schnell vorbei und wir eben nun mal, ja, nicht ewig auf dieser Welt. Die Zeit, die läuft alle gegen uns und jeden Tag müssen wir ausnutzen mit unseren Möglichkeiten. Und nicht nur, weil es Valentinstag ist. Was ist denn das für ein Schwachsinn?